Hi, ich bin der Nil und ich mach bei der Speakers Corner mit. Ich mach bei der Speakers Corner mit. Ich mach beim Speakers Corner mit. Ich mach mit bei der Speakers Corner. Ich mach bei der Speakers Corner mit. Ich mach mit bei der Speakers Corner. Weil wir zu wenig miteinander diskutieren. Weil ich dafür bin, dass wir Demokratie wirklich leben, auch in Schulen. Weil ich die Mehrheit auf meine Privatsphäre lege und diese verteidigen will. Weil es vor allem bei dem aktuellen Rechtsruck der Regierung enorm wichtig ist, sich über Politik auszutauschen. Weil ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass man interdisziplinär diskutiert, ob das global dominierende Wirtschaftssystem zukunftsfähig ist. Weil ich finde, dass es an der Zeit ist, über den Leistungs- und Individualisierungsdruck in unserer Gesellschaft zu reden. Ich mach bei der Speakers Corner mit, weil ich Redebedarf darüber habe, wie viel Zeit und Energie in unserem veralteten Schulsystem verschwendet wird. Hi! Ich bin bei der Speakers Corner dabei, weil ich mich gegen Gentrifizierung und für mehr Freiräume für Jugendliche in München einsetzen mag. Weil ich finde, dass in der Schule viel zu viel auswendig gelernt wird und weil ich mir mehr Platz für freies, kreatives Arbeiten wünsche. Ich mach mit beim Speakers Corner, weil ich finde, dass man jedes Leben respektieren und gut behandeln sollte, egal welche Herkunft. Ich mach bei der Speakers Corner mit, weil ich es wichtig finde, dass junge Menschen eine Plattform bekommen. Und ich freu mich mit euch über neue Möglichkeiten zu diskutieren. Und ich freu mich mit euch über neue Möglichkeiten zu diskutieren. Vielen Dank.